Bei einer Explosion in Österreichs größtem Erdgas-Terminal wurde ein Mensch getötet, 18 weitere wurden den Rettungsdiensten zufolge verletzt. Die Polizei geht von einem technischen Fehler als Unfallursache aus. In Deutschland ist die Energieversorgungslage nicht gefährdet, die Gaspreise legten aber kräftig zu. Die Gasversorgung, und das sprechen Sie an, Richtung Italien in den Süden, ist eingeschränkt. Nach der Explosion in der Gasanlage Baumgarten hat Italien wegen der drohenden Engpässe den Gasnotstand ausgerufen. Neben Italien könnte es auch in Kroatien zu Engpässen kommen. Die Lieferungen nach Westeuropa seien jedoch nicht betroffen.